Aber ich dachte, das ist vorbei. Die Ärzte haben doch gesagt, es ist vorbei. Krebs in dieser Dimension kann man nicht besiegen. Man kann ihm nur etwas Zeit abbringen, das ist alles. Noch ein Als? Meister-Andi? Nee, ich hab von Anno gelernt, macht drei Bier erst Schluss. Ja, so viel Selbstbeherrschung muss sein. Respekt? Und so seriös? Sollen wir ab jetzt Andreas zu dir sein? Warum nicht? Ich hatte auch schon vor mir, einen Diplom-Ingenieur im Internet zu bestellen. Noch keine zwölf Stunden King im Ring und schon die erste Kunde. Du weißt doch, die ganz großen entkommen immer. Apropos, ich muss da mal weg. Wo willst du denn? Ja, ich werde mir zu Hause zwei, drei Filme über junge Aufsteiger reinziehen. Und dann aber die ganze Nacht wachliegen, denn ich muss mir noch ein paar Strategien für Brandnerbau überlegen. Was denn für Strategien? Ja, das weiß ich doch jetzt noch nicht. Irgendwas zwischen morgen ist auch noch ein Tag und kein Bier vor vier. Ja, ich muss dann mal los. Guckst du etwa gerade bei Lanna? Fatschenheim, warum sollte ich? So stehst du auf sie. Nur weil sie jetzt gerade durch meinen Blickwinkel gewackelt ist? Ich muss dann jetzt auch mal weg. Seit wann weißt du davon? Vor ein paar Wochen bei einer Routineuntersuchung in Düsseldorf hat man auffällige Blutwerte entdeckt. Vor ein paar Wochen? Ja, ich wollte Klarheit und bin sofort in eine Schweizer Spezialklinik. Was haben die herausgefunden? Ein Gehirntumor. Irreparabel. Elisabeth, ich habe mich sofort einer Strahlen- und Chemotherapie unterzogen. Mit erhöhten Dosen. Aber der Tumor ist weitergewachsen. Aber Ludwig... Er kann nicht entfernt werden. Was heißt das? Ich werde an ihm sterben. Verdammt! Brauchst du Hilfe, Aschenkarte? Mir jetzt nicht mehr zu helfen. Wahrscheinlich habe ich das ja sogar verdient. Was, dass du ungeschickt bist? Ich lerne meinen absoluten Traummann kennen. Bei der ersten Krise steige ich mit einem anderen Kerl in die Kiste, lasse mich schwengeln und kriege einen Kind, mit dem sich außer mir niemand beschäftigen will. Warum bist du mir dir da so sicher? Der Vater des Kindes weiß ja noch nicht mal was von seinem Glück. Warum kommt es sich mal durchgegangen, was passieren würde, wenn ich es ihm jetzt einfach sagen würde? Alle Beteiligten arrangieren sich mit der tragischen Situation, reißen sich zusammen, sind nett zueinander und vor allen Dingen nett zu dem Baby. Und wir leben glücklich bis an unser Lebensende? Leonie, das Leben ist kein Märchen. Kurz. Hast du denn wenigstens mit Dana gesprochen, wie es weitergeht? Nachdem ich ja gestern gestanden habe, dass das Kind von Hagen ist, herrscht Funkstelle. Dann ruf sie an. Hab ich doch! Gefühlt der 50.000 Mal, aber es geht immer noch um die Mailbox zu Tannen. Oh. Ja, oh. Jetzt kann ich schön die Füßchen stillhalten, bis Dana endlich soweit ist es, Hagen zu sagen. Ich finde, das musst du nicht. Nö. Wenn ich jetzt noch mehr Ärger mit Dana haben will, nicht. Es nervt mich so, dass ich jetzt immer noch weiter lügen muss. Der arme Olli denkt immer noch, dass Daniel sich wie der allerletzte Mistkerl aufgeführt hat. Naja, sich ohne ein Wort in den Kongo abzusetzen, das ist schon unter aller Sau. Ja, aber selbst er hat es so nicht verdient, dass jeder denkt, dass er sein eigenes Kind im Stich gelassen hat. Weißt du, wenn es wenigstens so wäre, dann müsste ich Olli nicht länger anlügen, aber so? Warum kann in meinem Leben nicht einmal alles normal laufen? Wieso sagst du dann Olli nicht endlich einfach die Wahrheit? Wenn er mich dann hassen wird. Alle werden mich hassen. Lotte, warum hast du nichts gesagt? Ich hätte doch bei dir sein können. Du wurdest hier gebraucht. Außerdem wollte ich dich nicht beunruhen. Ich bin deine Frau. Elisabeth, ich habe natürlich bis zum Schluss gehofft, dass die Ärzte eine Lösung finden. Aber schon nach ein paar Behandlungen war klar, dass ich, wie sagt man so schön, austherapiert bin. Es gibt keine weitere Behandlung. Und das hast du die ganze Zeit alleine mit dir herumgetragen? Das verstehe ich nicht, Ludwig. Warum bist du denn dann noch länger dort geblieben? Ohne ein Wort. Ich, äh, ich wollte nicht, dass man mir die Spuren der Behandlung ansieht. Ich wollte wieder zu Kräften kommen. Außer dir darf es niemand wissen, wirst du? Du willst es deinen Kindern nicht sagen? Es geht hier nicht um mich. Nein, es geht um deine Familie. Nein, es geht um die Zukunft der Kinder. Wie können die Kinder an eine Zukunft glauben, wenn sie sehen, dass ich keine habe? Aber Ludwig, glaubst du nicht? Du musst doch deinen Kindern eine Chance geben, mehr Zeit mit dir zu verbringen. Ja, ja, das werde ich aber nicht jetzt. Wenn Ansgar und Tanja erfahren, dass ich nicht mehr lange zu leben habe, werden sie meine Schwäche ausnutzen und versuchen, an die Spitze der Firma zu kommen. Das muss sich auf jeden Fall verhindern. Was sollen wir denn jetzt tun? Die Nachlassregeln. Beieinander sein. Du meinst. Hallo. Hey. Und, wie war dein erster Tag in deinem neuen Leben? Alles easy. Ich hatte für jeden Schoki dabei und habe sie danach noch ins No Limits eingeladen. Oh, bravo. Arno wäre stolz auf dich. Meinst du das ernst? Andi, du weißt, es war immer Arnos Herzenswunsch. Und ich bin mir sicher, er sitzt jetzt da oben, sieht das und ist sehr zufrieden. Naja, ich habe ja auch lange dafür gebraucht. Aber dank eines kräftigen Tritts in den Hintern bin ich jetzt das, wozu ich geboren wurde. Wer war denn so klug, dir diesen Tritt zu verpassen? Na, Bella. Ach. Ja, sie hat gar nicht locker gelassen. Voll der sture Kopf, genauso wie du. Wie kommst du denn darauf? Sie ist direkt. Praktisch veranlagt. Macht jeden blöden Gag mit, ohne dabei irgendwie peinlich zu wirken. Ganz im Gegenteil, total lässig. Sie gefällt dir, oder? Bella ist ganz in Ordnung. Ganz in Ordnung. Komm, ich bin nicht in sie verknallt, also, falls du das meinst. Kann ich denn trotzdem bei dir für morgen früh einen Tisch reservieren für zwei Personen im Schneiders? Geht das? Willst du Bella zum Frühstück einladen? Ja, aber nur platt. Ich meine, wie heißt das Wort nochmal? Platonisch. Ja, eben. Ja, natürlich. Und dann werde ich es Bella gegenüber auch nicht erwähnen, damit es eine Überraschung ist. Ja, genau. Tu es für einen guten Freund. Für einen, der jetzt Boss ist und einem guten Freund halt Danke sagen möchte. Manchmal kann man ihn hören. Wen kann man hören? Den Frügelschlag des Schmetterlinge. Ja, ein bisschen fresh, so ein bisschen trash, haut keinen vom Hocker. Also, perfekt für diejenigen, die auch ohne den Flyer kommen würden. Na, danke. So schlecht? Ich bin die Zielgruppe, ja. Ich muss es wissen. Dana, wie findest du es denn? Also, dieser pink-blaue Kontrast, der kommt eindeutig neun Monate zu spät. Und wenn du noch mal neun Monate sagst, dann drehe ich dir echt den Hals um. Sorry. Mann, ich weiß einfach nicht mehr, was ich machen soll. Jessica ruft mich dich mal am Tag an und will mit mir reden. Reden? Wozu denn? Ich meine, was erwartet Sie denn? Dass du sagst, okay, Schwamm drüber, ab morgen schicke ich Hagen zu deinem Geburtsvorbereitungskurs? Also, sehr sensibel, Kim. Was ist mit Hagen? Er weiß nichts. Er hat mir eben geschrieben, dass er die beste Biowurstwurst seines Lebens gegessen hat. Sorry, aber das ist echt typisch Männer. Wenn sie nicht an das eine denken, dann ans Fressen. Ich glaube, Hagen braucht auch mal was auf seine Biowurst. Kim. Was denn? Ich spreche sie nixens so offen aus. Ja, weil die Welt für dich nur schwarz oder weiß ist. Ist sie aber nicht. Ja, 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 immer diese Krausstufen. Und die Eskimos haben 100 Wörter für Schnee und weißt du warum? Weil sie sich's einfach nicht eingestehen, dass es draußen saukalt ist. Hagen weiß also von gar nichts? Weder, dass ich es weiß noch sonst was. Ja, und willst du's ihm sagen? Was, wenn ihm irgendwann die Beziehung zu Jessicas Kind wichtiger wird als unsere? Was ist, wenn ich irgendwann, ohne es zu wollen, ihn anfange zu hassen für das, was er getan hat? Was, wenn ich das Kind in meiner Nähe nicht ertragen kann? Was, wenn unsere beste Zeit schon hinter uns ist? Das ist jetzt aber wirklich ein bisschen sehr pessimistisch. Das Hauptproblem ist einfach Jessica's Bike. Es reicht jetzt. Wieso denn? Daniel hat eine Frau verlassen, weil sie ein Kind von einem anderen Mann bekommt. Ja. Und warum sollte Hagen mit einer Frau zusammenbleiben, die genau das Kind nicht kriegen kann, was Jessica gerade kriegt? Weil er dich liebt? Ich liebe es nur in einem Momentaufnahme. Hey. Guck mal her. Wo ist Ludwig? Ludwig ist oben. Er versucht, sich zu entspannen. Entspannen? Ja, und? Er hat eine lange Reise hinter sich. Ich find's toll, dass er endlich seinen inneren Frieden gefunden hat. Aber vielleicht sollte der Erleuchtete langsam mal begreifen, dass das, was hier so leise durch die Hallen klingelt, nicht etwa ein tibetisches Gebetsglöckchen ist, sondern vielmehr das Totenglöckchen unserer Firma. Dein Vater braucht Zeit. Und wir brauchen Entscheidungen, damit wir nicht untergehen. Wo ist das Problem, Sebastian? Ich bin doch da. Wir haben die letzten Wochen gemeinsam entschieden, dann werden wir das auch heute tun können. Oder solange wie es eben dauert. So lange wie es eben dauert. Aber das ist mit Ludwig abgesprochen. Lieber, was habt ihr abgesprochen? Du hattest einen Kreislaufkollaps wegen all dem. Sebastian, wenn ich hier und jetzt keinen Zweiten kriegen soll, dann folgst du bitte dem Willen deines Vaters. Ja? Ja, neueste Ansätze zur Tumaltherapie. Ich wollte nur sagen, dass ich es echt mies und feige finde, dass du nicht mal mehr ans Telefon gehst. Wenn du noch einen Funken Anstand im Leib hast, dann kommst du her und klärst das mit Jessica. Daniel, sie bekommt ein Baby. Der kann sie ja wohl erwarten, dass du wenigstens mit ihr reden willst. Was ist das? Irgendjemand muss doch mal Tacheles mit ihm reden. Gott, das bringt doch nichts mehr. Ich kann ja verstehen, dass du auf so einen Vater echt verzichten kannst, aber... An deiner Stelle würde ich ihn später wenigstens auf Alimente verklagen. Und zwar ordentlich. Guten Abend, Prof. Dr. Engelhardt. Bitte entschuldigen Sie die späte Störung. Elisabeth von Lahnstein hier. Ich wende mich an Sie. Ich habe im Internet von Ihrer klinischen Studie gelesen. Ja, ja, den Hirntumor betreffend. Nein, 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 es geht nicht um mich. Es geht um meinen Mann. Gibt es denn eine Möglichkeit, dass mein Mann als Proband teilnimmt an dieser Studie? Ah, ja. Ein Vorgespräch mit dem behandelnden Arzt, ja. Ja, und wie lange würde das dauern? Ja, ne? Ja, natürlich. Das kann er machen. Natürlich. Ja, natürlich kann ich das einrichten. Ja, gut, dann werde ich das meinem Mann so ausrichten. Gräfin Lahnstein. Wollen Sie denn nicht endlich zu Fred gehen? Kann ich sonst irgendetwas für Sie tun? Nein, danke, Justus. Wow. 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 Untertitelung des ZDF, 2020